Wir fertigen jetzt gerade ein neues Instrument, eine absolute Neuanfertigung, neue Stimmung für die Kristallklanghüterin Sabine Binzenhöfer, die ihr Repertoire etwas erweitert. Und da ja jeder von uns ein ganz ureigenes Instrument bekommt, haben wir halt auch geguckt, was passt denn zusammen, wie klingt es wunderbar, wie erfüllt es die Aufgabe und das erfüllt jetzt gerade der Stefan und seine Aufgabe des Zusammenbaus. Wir haben wunderschöne große tiefe Töne, spezielle Perlen und mit ganz viel Liebe wird's gemacht. Ciao! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020